ja flieg 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 jetzt er muss tot sein herzlich willkommen zu einer neuen folge microsoft scovers mit lucky hallo hallo wir starten auch mal in die runde ich bin mir gute rüste das ist gleich in die mitte bauen und ich muss mich so richtig bei euch bedanken für 1k abos das ist so was von arg eine arge zahl also vielen vielen dank für 1k abos und flying boge und floh für diesen mega krassen stream das ist einfach unglaublich aber dazu wird eh noch ein video kommen also dieser ausschnitt wo das passiert ist unbedingt für eine folge bringen das best of stream von diesem stream und ein k ein ja ein k special wird auch kommen ist jetzt in ein zwei wochen kommen was er noch auf mich ihr könnt euch darauf freuen und sonst ist das einzige video was diese woche kommen wird was ich hier gerade habe ich leider sonst keine zeit ab uns aufzunehmen es wird hoffentlich nicht zu schlimm sein also sind welche unten am boden oder wo sie haben sich gerade hoch gebaut ich habe das ist runter ich habe ein wasser einmal wo seid ihr warte schätzen wo warte ich bin noch nicht unten wo ach so herr ich sehe dich nicht wissen ja wie schlechter ist ich habe das richtig gute weil die schraften die kraften die hier schon kraften hier was das gar nicht wie viel sind das 15 hier ist okay ich schade dass niemand kommt ich brauche noch ein level danach hast du noch flächen nein leider nicht scheiß noch ein level wir sind im finale gegner kommen ich höre sie bauen das gegner nein ich habe in die kiste geschaut ja flieg 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 jetzt er muss tot sein du hast ihn jetzt ich kann alles perfekt perfekt das ist eine heilung nein nein ich habe fast ich habe nur leben verloren perfekt 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 ich mache mir jetzt noch eine schnelle hose warte ja ich gehe mal runter gut ja da ist auf der anderen seite doch ich soll jetzt jetzt bin ich da ist da ganz ganz unten okay ein wasser ist da kommen wir geht er kann nicht der kann nicht liegen sachen ich habe ich ihn töten einen berufplatz durch an das wir den nicht mann zu zweit vielleicht nicht kriegen easy peasy holen uns den nein so leidig gilt dann würde ich sagen also noch mal vielen vielen dank für einkabe für dich mega 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 krass unglaublich ein kass special wird nächste woche oder in zwei wochen kommen würde ich sagen was ist denn mit dieser folge kannst gerne ideen hineinschreiben ins wunderbare video was es werden soll dass ein kass special für alle bei lucky vorbei würden sich ja mega mega mäßig freuen ja natürlich ich würde sagen was in der folge und so hätte ich jetzt raus sagen sollen ja ok leute